Sieht das alles lecker aus? Wie viele Kugeln Eis ich wohl für diese zwei Euro bekomme? Solche Szenen spielen sich bestimmt oft rund um Löbau und Zittau ab. Dort bin ich bei meinen Recherchen zur finanziellen Bildung auf ein tolles Projekt gestoßen, das sich die Volksbank Löbau-Zittau für die Zweitklässler in den umliegenden Schulen ausgedacht hat. Es nennt sich Cash für Kids. Drei Wochen lang erhalten alle Schülerinnen und Schüler jede Woche zwei Euro Taschengeld von der Bank. Damit können sie alles kaufen, was sie wollen. Allerdings unter der Bedingung, dass sie über ihre Ausgaben ein Haushaltsbuch führen. Und nur wenn ihre Rechnung stimmt, bekommen sie in der nächsten Woche neues Taschengeld. So erfahren die Kinder schon in jungen Jahren, was verantwortungsvoller Umgang mit Geld bedeutet. Eigentlich eine total simple Idee, aber das macht sie nicht weniger wirkungsvoll. Mhh, lecker! Dieser Meinung ist auch Easy Credit und deshalb erhält Cash für Kids den Preis für finanzielle Bildung 2015. CC 2020 Bude Bude Alex C